Herr Wimmer, Sie waren Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium in der Regierung Kohl. Das heißt, Sie haben den Kalten Krieg miterlebt, aktiv als Politiker. Fühlen Sie sich an die Zeit erinnert? Ich habe nicht nur den Kalten Krieg erlebt. Ich war Übungsminister in der letzten großen NATO-Übung des Kalten Krieges, Vintex-Simex, und ich habe acht Tage lang konventionell und acht Tage nukleare Kriege geführt. Ich weiß, was das bedeutet. Was war eigentlich in Syrien los vor viereinhalb Jahren? Ein Abkommen zwischen Israel und Syrien stand vor der Unterschrift, bezogen auf die Golanhöhen. Wenn das hätte durchgesetzt werden können, hätten wir eine Friedensentwicklung in diesem Teil des Nahen und Mittleren Ostens bekommen. Amerikanische, britische und französische Spezialtruppen sind in Syrien reingegangen und haben den Bürgerkrieg angezündet. Das muss man so sehen, wie es ist. Wenn ich das mal sagen kann, weil ich ja selber sowas geplant habe. Was jetzt? Krieg. Vor jedem konventionellen oder nuklearen Konflikt werden die Flüchtlingsströme geplant. Wir haben es ja zwischen Afghanistan und Mali mit einem Gürtel von Staaten zu tun, die von den Amerikanern flachgelegt worden sind und weiter flachgelegt werden. Und diejenigen, die das planen, planen die Flüchtlingsströme auch. Sie können ja überhaupt sich militärisch nicht bewegen, wenn sie nicht die Flüchtlingsströme im Griff haben. Derjenige, der jedes Jahr 3000 Leute mit Drohnen weltweit ermorden lässt, wenn auch unser Land die Bundesrepublik Deutschland demnächst besucht, der müsste natürlich direkt auf den Weg nach Den Haag geschickt werden. Sie meinen den US-Präsidenten? Die Vereinigten Staaten zerstören das Völkerrecht, wo sie nur können. Von vorne bis hinten und in allen Teilen der Welt. Und das ist die Situation, mit der wir derzeit auch uns auseinandersetzen müssen. Das, was läuft, das, was hier läuft, ist ein Verbrechen, das uns alle umbringen wird.